hallo meine lieben freunde herzlich willkommen feld am start und mw3 wie ich euch versprochen habe die mw3 online sagt man ja mw3 online ein ganzes prestige und ihr seid live dabei ja ich werde jetzt prestige drücken das war falsch da ja und ich glaube ich bin drei oder vier das weiß ich noch nicht so ich habe einen punkt erhalten und ich weiß gerade im moment echt noch nicht was ich machen soll deswegen machen wir erst mal ich muss jetzt erst mal bis und meistens spiele ich hier das mw3 die drei beliebtesten karten ja wie gesagt ein ganzes prestige bis level 80 durch mal gucken was passiert alle aus raster alle erfolge werdet ihr miterleben und mit feiern schon wieder was spielen wir dann schon ein bisschen laut veränderte sich überhaupt irgendwas also ich würde ich lasse es jetzt einfach mal so gut also fängt ja super an direkt mal check on out und mein controller geht aus alter schwede oh man es fängt super an also wie gesagt da fängt schon mal das erste an moment 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 war Na genau, bleib bei dir Junge, boah, genau, scheiße. Habt ihr das gesehen? Ich hab doch voll auf... Ja, genau. Oh, Mann. Da macht man Nuke für Klu und auch Hitmarker. Das ist zum Kotzen. Ja. Nehmen wir mal Alpha ein. Alles klar. Holy shit. Ist er endlich kaputt? Ne, immer noch nicht. Ja, jetzt geht er... Boah, spiel ich eine Scheiße zusammen? Das ist für die nächste Folge ist das Horror. Boah, ja. Boah, scheiße. Ich spiel einen Kack zusammen. Klar, Hitmarker. MW3. Das fängt ja mal wieder super an. Was haben die eigentlich nicht oben? Ja. Oh mein Gott. Das ist die Hölle. Heilige Muttergottes. Das tut mir so verdammt leid. Deswegen versuche ich in eine neue Lobby reinzukommen. Ah, das ist wahrscheinlich die gleiche und nochmal spiele ich diese Map nicht. Halleluja. Ja. Ja, also ähm. Ich werde das spielen. Ich werde das spielen. auch nicht immer alleine spielen. Manchmal ist der Jan dabei, der Dani. Ähm. Wenn ihr Lust habt mitzuspielen, dann äh, schreibt mir einfach. Kommentiert das Video. Oder schreibt mir einfach eine Nachricht hier über Xbox Live. Dann werde ich mit euch einen Termin ausmachen und dann können wir eine Runde zocken. Ist auf jeden Fall immer lustig mit den ganzen Hohlkörpern da, die dabei sind und mit mir. Also deswegen. Würde mich auch sehr freuen. Und jetzt spielen wir diese scheiß Karte ja doch nochmal. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch immer du auch. Way zu können. Aberbiss. Nicht gut auf었는데. Aberbiss und dieAPPe f deplorfen. Der efficacy ist doch nicht lustig Ackel aus materials. Ah, meine Verteidigung. Da ist das voll. Die Abenteuer Modern Frauen Kammerder zu einem forensisch Kopf collide. сч Hey, du ja meinst. Ah, komm! Da liegt ein Radar, das ist jetzt kaputt. Ja, schön, ich bin geblendet, doll 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 doll. Ah, fängt das schon wieder so an. Ja, mach doch noch fünf. Vorräte warten auf das Zeichen. Vorräte bereit zur Auslieferung. Ja, schön. Ich brauche eine Drohne oder so. Oh mein Gott! Das ist doch nicht euer Ernst. Achtung, Gefahr! Einschlag! Schön! Oh Mann! Dann fange ich jetzt mal an, die Sachen vom Himmel zu geiern. Ja, Messer doch! Genau. Das ist meine. Wie kommt der Sack denn hinter mich? Oh, jetzt huckt mir die Nase in die Ferritter. Was ist das Mist fehlt? Klaro! Aufpassen! Na! Aufpassen! Aufpassen! Und das ist jetzt auch das Beste! Aufpassen! Aufpassen! In beiden Spielen jetzt der letzte Kill! Alter! es tut mir so leid leute ist so einen scheiß zusammen spielen erst so erst einmal ja dann fangen wir mal an was nämlich dann nehme ich halt das hier im 16 hier was nehmen wir dann hier mit nein mein gott das er hat aber marte viel spaß ja das erste mal auf unterstützer und so wie es gerade ist was anderes kann man ja wenig machen im moment halte habe ich eine scheiße früher aber gut ich glaube ich weiß was ich mir freischalte um gehen wir auf die Maschinenpistole und die P90 P90 ist muss ich echt sagen ein verdammtes Biest das macht ja alles weg aber erst einmal mache ich noch ein Sturmgewehr das wird die AK sein lassen wir das drin machen wir ändern wir nur das und das ja so auf angriff gehe ich eigentlich nie deswegen mache ich erst mal am anfang unterstützer dann fangen wir an hier mit der UMP dann machen wir uns hier nämlich das gleiche mit der P90 ja das bleibt und stalker rein dann unterstützer und hier machen wir uns ein scharfschützen klasse ich weiß noch nicht äh das lassen wir das auch das auch ja und Meisterschütze und dann spiele ich jetzt noch eine oder gesagt ich bin jetzt noch ein zwei Runden und dann war das die erste Folge das tut mir leid dass jetzt erst so spät ist oder oder er gesagt dass es nur so wenig ist aber kommt sofort danach oder wahrscheinlich heute noch werde ich wahrscheinlich nochmal aufnehmen aber bis dahin versuche ich jetzt mal mit den neuen Klassen hier ein bisschen was zu heißen ich werde zu abköcken das tut mir so leid ersten beiden Runden wahrscheinlich wird die dritte auch noch scheiße es freut mich sehr ja ja ach komm weiter weiter Junge äh Mann wenn die Waffen dann nicht das wahre sind das ist einfach asozial dann kommt man nicht mit dann kommt noch ein äh verschissene Sniperhinter entkommen ja genau nehmen wir mal still und leise brau ein nehmen wir mal still und leise brau ein und geiern uns die kill ach du scheiße wir verliert ja ok fängt an zu legen schön ach komm da war ich doch klar da wird gesichert das ist ja es ist ja doch da ist ja ich habe nicht Nether ja jetzt ich habe ja Boah, Junge. Fuck. Oh ja. Oh nein. Fuck. Ja, von wo? Scheiße. Ja. Alles klar, jetzt hören wir alles. Ah, ich bin blind. Toll, tot. Zwei, zwei, eins. Ah. Niemals. Ja, toll. Ja, ich bin blind. Ja, ich bin blind. Ja, ich bin blind. Ja, ich bin blind. Ja. Oh. Es tut mir leid, da ist nicht so viel Rede, aber... Naja. Ähm. Viel erklären kannst du in diesem Spiel ja eh nicht. Ja, genau. Klar. Fick dich. Tschüss. Klar. Alter. Ja. Ja, nochmal. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Was ist das? Boah! Nein, 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 nein! Nein! Ach so, ist schon. Jetzt ist sie ganz kaputt. Video ist nicht kaputt. Tut doch. Mann, 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 Mann. Klar, wo? Da kommt ein Stealth-Bomber. Ja. Gesteis. Ach, gut. Dann würde ich mir sagen, vielen Dank für die erste Folge. Und wir hören uns auf jeden Fall später. Im nächsten Video auf jeden Fall. Also Leute, haut rein. Bis dann.